ja hallo und herzlich willkommen wie schwanger bist du von 1 bis 10 schon ziemlich also aber kann auch sein dass das speck ist aber ich bin schon ziemlich fett also dieser server ist gut übrigens nicht ernst gemeint für die leute die kein sarkasmus verstehen das ist nicht gut ich überhaupt nicht gut der ist sogar schlechtwürde ich behaupte ist goldstiefel auch hohen 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 die tier so macht man das als programm da werde ich abstauben fach es sagt sich so einfach aber der hat goldapfel gefräsen ich als pvp-pro muss natürlich eine runde gewinnen das wäre primär auf unserem kanal auf deinem kanal das ist nämlich qualität dafür viele denken jetzt ja das ist ein zimmer aber das ist wirklich ein nachgewandtes zimmer im rtl zu studieren das wieder an der maus es ist unfair das geht so ist ein mehr brauchst ich darf jetzt noch zwei Runden spielen weil ich nicht mit meinen Einstellungen gespielt habe ich bin immer noch die pvp-pro 18 jetzt kommt alles man muss den Aufwand ich hab immer noch die runde fang ihn auf kur-kur veut Okay. Oh mein Gott. Ich würde mir sagen, ich habe den ordentlich gebumscht. Da unten geht's ab. Wer ein Lollipop. Ah! Modok-M-Siege hat uns vorher auch schon getötet. Der wird mich nicht töten. Das sage ich jetzt schon. Ja, ich muss spitzen. Seid sie in Marke, wie sie in den Arsch. Womit sie bluten, dann klag' noch was dazu. Ja, aber ein halbes Herz. Ah, das war mein Herz. Ah, das war mein zweiter Wunder. Äh, nein, das war mein Herz. Ja, das war meine Sonne. Okay. Scheiße, der Brille ist so schwul aus. Fuck, was die schwul aus. Warum bist du eigentlich in Twitter, Jan? Erklär mir das, warum. Ja, es ist so, ich habe einen Penis, fand ich ganz toll. Aber ich kann halt auch tippen. Dann habe ich mich nicht gut tippen. Hallo, du gehst. Also. Sein Crew-Story, dieser Crew-Story. Genau, genau. Und dann habe ich meinen Pegis Länger gezogen, weil ich einen Wolf fahren haben wollte. Und mittlerweile geht der halt über zwei Kilometer. Ist auch ein bisschen blöd, weil man nachziehen muss, weil er schon zu schwer ist. Ja. Und. Kennen kann ich verstehen. Hab selbst mal damit Erfahrungen gemacht. Ja. Also das ist gar nicht toll, wenn man... Das ist lustig, ja. Aber so lustig ist es. Man muss auch mal hinter die Fassade stehen. Hinter den Menschen. Das ist immer. Alter, hab ich den so fickt. Nein! 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 Ja, Leute. Hast du angefangen, oder? Du hast angefangen, oder? Oder? Ja! Ja, okay. Dann war es das mit der Folge der coole und der dumme. Also. Ja. Bis in der nächsten Folge und. Ciao.